Herzlichst Willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Heute. HOT. Star Wars Battlefront 2. Realismusmodus. Das heißt, kein HOD. First Person. Und. Und. Instant Action. Mit 64 Spielern auf der Map. Das heißt, es wird ein absolutes Chaos. Mir gefällt das Spiel so zu spielen. Ich werde vermutlich in Zukunft, ich schätze mal, auch Mod-Videos rausbringen zu dem Spiel, da ja der Support beendet worden ist seitens von EA. Und da ist. Wo haben wir es denn? Gameplay, Soldaten, 1. OD, aus. Wunderbar. Schaut euch das an, das ist wunderbar. Ist das nicht wunderschön so? Das ist doch ein schönes Spiel. Das muss man denen lassen. Die können... Ah, was? Die haben das immer noch nicht eingefügt. Oh, das war schon im ersten Teil war das schon ein Krampf. Dass das HOD ist. Das ist doch kein HOD. Das Waffen-Zoom. Mensch. Naja, Feuerschaft jedenfalls. Mal gucken, wie die Runde verläuft. Hoffentlich viele Kills. Ich kann so kaum zählen. Ah ja, ich habe natürlich keine Kühlung. Haben wir es schon, ja. Mal verbrannt, dachte ich mir schon. Oh, verdammt. Ich bin schon wieder verbrannt. Ich wünschte manche Sachen, könnte ich einfach rausschalten. Und manche nicht. Ah. Aber ich probiere es mal. Ich probiere es mal. Geht das? Hau dir, Zeige. Nur Visiere. Was? Die haben das eingefügt? Ich glaube, ich spinne. Ja, geil. Aha. Ja, interessant. Ja, jetzt wäre da von Maul die Verschwendung. Obwohl ich gern wissen würde, ob sie... Oh mein Gott, die haben das eingefügt. Oh, wow. Oh, verdammt. Ah, naja. Oh, blind. Ich finde es gut, dass ich jemanden auch ziemlich gut abschätzen kann, wo die Mitte des Bildschirms ist. Oh Gott, da sind mir zu viel da drüben. Es ist unglaublich, dass ich NPCs meistens schlechter treffe als... als echte Spieler, weil die sich... so... total vorhersehbar bewegen. Ist schon wieder verbrannt, verdammt. Lass mich in Ruhe. Oh. Okay, Griff. Und das ist... Ach, F ist es. Okay. Du gehörst mir. Geh auf. Heilige Scheiße, jetzt sind da viele Gegner. Ich habe keine Ahnung, wie viel HP ich habe. Ich muss mich hauseinem Warmen spielen mit dem. Verdammt. Okay. Woah. So knapp. Republik? Was für eine Republik? Was für eine Republik? Was sagt denn der Druide da? Das ist eine blatante Lüge. Wieso sagt das ein Druide? Oh, ich muss hier weg. Was für eine Republik? Was war aber der? Scheiß. Oh ja, mit dem Cycler-Gewehr. Ja, verdammt. Ich muss halt ungefähr schätzen, wann das ist, ne? Oh ja, mit dem Cycler-Gewehr. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Die Rebellen haben jetzt einen Wookiee. Die Rebellen werden jeden Moment aufgeben. Wo war'n der? Ahaha, Chewie verdammt! Boba kommt mir auch entgegen Nein, oh So, dann nehmen wir mal die Die ballert ein bisschen mehr rein Auf jeden Fall schade, dass das Spiel Nicht mehr unterstützt wird Also wirklich, mit dem Die waren ja nicht gut dran Mit dem Hat er mich gestahnt Die ist auch nicht schlecht No seek Na ja, gut Ich hoffe, es hat euch gefallen Hier mit Knowhow-D Realismus-Modus Falls ihr mehr sehen wollt Zu GTA 5 Battlefield Battlefront Sonstigen Indie-Spielen Könnt ihr gerne ein Abo da lassen Ein Like, wenn es euch gefallen hat Ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat Feedback ist immer willkommen Und dann sehe ich euch das nächste Mal Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag Und bis dann Bye, bye